So schnell wird man zur Mausenseiter. Ein Ei und neun Tomaten. Neun Tomaten und ein Ei. Ein einziges Ei. Klar ist das eigentlich ein Eierbehälter, aber die neun Tomaten sind in der Überzahl. Wenn ich die Tomaten aufesse, ist das Ei übrig. Das Ei bräuchte sich nicht mehr als weiße Tomate zu fühlen. Wenn ich das Ei aufesse, wird der Eierbehälter zum Tomatenbehälter. Jetzt fehlt mir allerdings eine weiße Tomate, damit alles in Ordnung ist. Eine fehlende Tomate bringt das ganze System durcheinander. Ein Ei ist eben keine Tomate. Eine Tomate ist kein Ei, Herr Gesundheitsminister.